Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben YouTuber zu dem zweiten Teil meines Expert Edition Volume 2 OCG Booster Box Openings. Jetzt mit den zweiten 20 Booster Packs. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Im ersten Teil hatten wir auch schon ein paar gute Puls, wie zum Beispiel den finsteren Schalkheuriter und den Gesandten der Nachwelt und noch ein Fried, der General ist auch eine gute Karte. Also kann ich auch nur empfehlen, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat. Gut, dann Ninja-Wurfsterne, dann DNA-Transplantation, dann Beschwörung, dann wieder der Meister Kyushu, dann wieder diese Dornen-Lady, dann der Raketenpilder. Und ja, gut. Nächstes Pack. Ich hoffe natürlich, dass wir hier als Ultra-Rare-Pool einer dieser drei Karten bekommen. Würde mich natürlich sehr freuen. Da haben wir zuerst wieder Wiederverwertung, dann Erscheinung aus Theben, dann der finstere, ja ich weiß leider den Namen nicht, jedenfalls das ist eine Rare, dann der Gottesanbieterin, dann der Geist des Topfes und der unheilige Elefant. Gut. Dann nächstes Pack. Dann hier den gelbglänzenden Schild, den Zerstörungsring, mystischen Wok, dann den verrückten Wissenschaftler, die Donner-Schulgröte und noch ein Sendbote-Mars. Dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Booster-Pack. Wie gesagt, geht alles ganz schnell. Dann wieder die Barriere, dann die Tempelruinen, dann die Energieabsorption, ja. Als Rare, dann der verrückte Hund der Finsternis, dann dieser Flügelschlauchvogel oder Drache, dann der glückliche, heilige Elefant, den hatten wir noch gar nicht, sehr schön. Dann nächstes Pack. Dann wieder was mit Chaos, dann Energieverwertung, dann wieder diese komische Wasserverwertungsausschließungskarte, dann Moki Moki, da rast eine Kampfochse und wieder ein Sendbote-Venus oder Merkur. Dann nächstes Pack. Da haben wir wieder den gierigen Goblin, dann wieder diese Barrierenkarte, dann als erste Super-Air für diesen Part, diesmal Fluch des Anubis in Super-Air, hatten wir auch schon letztes Mal als Ultra-Air gezogen. Ist auch nicht schlecht, dann wieder der Gottesanbeterin und der mächtige Dämonen, nenne ich ihn einfach mal an der Grabhüte. Dann nächstes Pack. Da haben wir wieder Chaos-Gier, dann Moki Moki Aufmarsch, dann Fallentstörung als Rare, ist auch eine gute Karte. Dann der normale Giga-Gaga-Giga, dann der Schwert-Ninja und der Engel-Typ. Gut, nächstes Pack. Geht Rucki-Zucki, liebe Freunde. Da haben wir wieder Schwächung oder Pyrethelomaie-Monster, dann Schwertelosigkeit, dann wieder dieses dunkle Schwert, dann Gigabyte, der Heilige Granich und das ist jetzt, denke ich mal, Merkur, Sendbote-Merkur. Gut. Nächstes Pack. Da haben wir wieder als erstes den O-Chama-Deuter-Hörikän, dann wieder dieses schwarze Loch, oder was das sein soll, dann die Formation der Truppen und der Riesenmetallkäfer, dann wieder diese Schildkrötenkarte, dann der Kung-Fu-Meister und, ja. Nächstes Pack. Da haben wir wieder den gelbglänzenden Schild, dann Erscheinung der Wüste, dann als Rare irgendwas mit blündernder Goblin, dann den Desko-Ala, des Kanguru, des Lekuda. Ja, haben wir sie alle komplett gleichgezogen. Dann zum nächsten Pack. Da haben wir wieder als erstes das Herz des Unterlegenen, dann die Feuerexplosion, dann wieder den gierigen Goblin, dann die mystische oder heilige Kugel, den Grashüpfer und den Avatar des Topfes, den ich immer wieder lustig finde. Ja. Nächstes Pack. Da haben wir wieder diese Chaos-Karte, dann wieder diese letzten Spielzug-Karte und Opferlamm als Rare. Super. Das ist auch eine Karte, die ich unbedingt haben wollte, den ich bis jetzt noch nie hatte. also jedenfalls sehr schön. Dann der Geistertiger, dann dieser Flammenvogel und der Spieler der Legende. Aber Opferlamm ist jedenfalls eine sehr gute Karte, wie ich finde. Zumindest für die damalige Zeit. Dann wieder Schwächung der normalen Monster, dann Rüstung durchbrechen, dann Angriff der wilden Natur als Rare, dann der schwarze O-Chama, dann der Totenbeschwörer, dann das Tapir-Monster und ja. Nächstes Pack. Ich bin gespannt auf die nächsten Holos, die wir dann noch ziehen werden. Dann wieder diese magische Beschwörung, dann die Chaos-Gier und als zweite Super-Royer, die ich finde, wirklich Hammer aussieht. Das ist auf jeden Fall die D-D-Kriegerin. Ich weiß aber nicht, was die Karte jetzt, wie die heißt. Ich denke mal irgendwas mit Starkes oder Heiliges Schwert vielleicht so ähnlich oder Schwertziehen. Also das müsst ihr mir leider entschuldigen. Dann der verrückte Hund der Finsternis, dann wieder dieser Grashüpfer und der seenabsorbierende Knochen-Turm. Genau. Gut. Dann sind wir auch schon bei den letzten sechs Packs mit diesem Pack und nähern uns dann somit langsam auch schon dem Ende wieder. Da haben wir jetzt erst jetzt den O-Chamma Deuterheriken, dann Zuflucht oder die Flucht zu den Heiligen Hallen, dann wieder dieser Absorbations-Ding als Rare, dann der gelbe O-Chamma, dann wieder dieser Unterwäldler, dann die nubische Garde, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir dann noch als zweite Ultra Rare ziehen werden. Da haben wir wieder Energieverwertung, dann den O-Chamma Deuterheriken. Hu hu hu. Ja. Genau so was wollte ich, liebe Yogi-Tuber. den dunklen Magier des Chaos als Ultra Rare. Ich habe ihn zwar schon bei, als ich diese Matte mir gekauft hatte, schon dabei gehabt, als limitierte Ultra Rare Version, aber ich wollte ihn auf jeden Fall noch aus dem Booster ziehen. das macht die Box auf jeden Fall alles Wett. Jetzt habe ich ihn aus dem Booster gezogen in Ultra Rare, freut mich sehr, also somit hat sich für mich diese Box auf jeden Fall gelohnt. da haben wir dann wieder diese mystische oder heilige Kugel, dann der Chaos Hexer, komischerweise nur ein Kammern, was damals auch eine sehr gute Karte für Hexer Decks war, und wieder der Centboote der Venus oder Merkur. Ja, dann sind wir auch schon beim drittletzten Pack, und haben auf jeden Fall eine dieser drei Karten gezogen, die wir unbedingt haben wollten. Da haben wir wieder Herzensunterlegenen, dann die Ninja Kunst, dann das Zwangsevakuierungsgerät als Rare, auch eine gute Karte, auch heute noch dann der Priester des Pharoos, eigentlich dann der Goblin-Trenner und die Erscheinung aus Theben. Gut. Dann drittletztes Pack, dann wieder diese Ninja-Wurfsterne, dann DNA-Transplantation, dann wieder diese Beschwerungskunst, dann der Meister Kyoshi, die Dornen-Lady, der Raketen-Pöder, und ja, das war's. Dann vorletztes Pack. Da haben wir die dunkle oder finstere Saat, dann kein Durchkommen, dann Erdbeben, Krieger von Zera, die Blütenkanone und die Vampir-Lady, und die Vampir-Lady. Und dann sind wir auch schon beim letzten Pack angekommen. Da haben wir noch mal die Ninja-Wurfsterne, da wieder dieses aufsteigende heilige Licht, dann Ketten verschwinden als Rare, dann dieser komische Fisch, dann der Sasuke Samurai und die weiße Margarine Piccaro, genau stimmt, sie war ja in Engine Sanctuary dabei. Gut. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos wieder angelangt und am Ende des zweiten Teils mit einem sehr, sehr guten Dark Magician of Chaos Ultra-Rare-Pull und ja, wie immer am Ende meiner Videos, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo und wie immer für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben und besucht auch gerne meine Facebook-Sette, wenn ihr auch da rund um Yu-Gi-Oh! meine Projekte, was meinen Kanal betrifft, informiert werden und bleiben wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis bald, euer Card Collector 116.